Zwei Menschen, zwei Gehälter und zwei unterschiedliche Vorstellungen vom Traumjob. Wie viel verdient Deutschland? Mike, 42. Er macht sich für uns die Hände schmutzig und sammelt täglich unzählige Tonnen Müll ein. Was hat das mit Bio zu tun? Und das lassen wir dann natürlich stehen. Und immer schön lächeln. Schönen Tag noch. Christina, 31. Als Immobilienmaklerin arbeitet sie in einem der Kölner Kranhäuser. Richtig exklusiv. Die Arbeitskleidung könnte kaum unterschiedlicher sein. Das Gehalt auch? Geld verdienen wollte ich immer viel. Von Person her bin ich so, ich möchte gerne viel erreichen. Christina und Mike erzählen uns ganz offen, was sie verdienen und wofür sie ihr Geld ausgeben. Ihre Kosten für Miete, Essen und Freizeit ziehen wir von ihrem Nettolohn ab. Was bleibt am Ende des Monats noch übrig? Wo wird gespart? Wo wird die Kohle rausgehauen? Der Galileo-Gehalts-Check. Es ist 5.30 Uhr. Schichtbeginn. Für Müllmann Mike geht's jeden Tag um 4 Uhr aus dem Bett. Andere würde gerne noch schlafen, aber lieber früh unterwegs wie zu spät unterwegs. Dann habe ich noch was vom Tag. Seit 10 Jahren ist Mike auf Freiburgs Straßen unterwegs, um den Müll einzusammeln. Kein Wind und Wetter hält ihn auf. Nicht mal eine Männerkrippe. Ich bin Müllwerker, Vorarbeiter am Fahrzeug. Das ist mein zweiter Lader. Ganz wichtig. Und der wichtigste Mann am Fahrzeug ist der Fahrer. Ohne den würde gar nichts funktionieren. Dann könnte man den Müll gar nicht holen. Rigi, Entschuldigung. Als Vorarbeiter übernimmt Mike Verantwortung für sein Team und die Sicherheit im Straßenverkehr. Jetzt muss es aber losgehen. Heute ist der Bio-Müll an der Reihe. Heißt, noch mehr Gestank und noch schwerere Tonnen. Dafür braucht Mike Energie. Die holt er sich nicht vom Kaffee am Morgen, sondern er braucht den Kick eines Energydrinks. Mal sehen, wie viele Dosen es heute werden. Mike muss bis zum Feierabend 730 Mülltonnen entleeren. Wir haben es eh immer ein bisschen eilig und da ist nicht noch Zeit, um großartig hinzustehen, um Kaffee zu trinken. Von Montag bis Donnerstag sind die laustärksten Tage. Also da kommt man locker auf 20 Kilometer, zwischen 15 und 25 Kilometer. Das sind bis zu 30.000 Schritte am Tag. Und das mit schweren Behältern im Schlepptau. Kaum sind die ersten Tonnen entleert, hat Mike Puls. Da soll Bio drin sein und wenn man mal reinguckt, was da alles Schönes drin ist, was hat das mit Bio zu tun? Und das lassen wir dann natürlich stehen. Dann mache ich ein Foto da davon, dass wir abgesichert sind. Den Müll fremder Leute entsorgen, für viele kaum vorstellbar. Für Mike ein guter und sicherer Job. Gelernt hat er das schon früh. Meine Oma hat es mir immer früh gepredigt, Junge, du musst zur Müllabfuhr, da verdienst du Geld. Sein Gehalt ist tariflich geriegelt. On top hat Mike 10 Jahre Arbeitserfahrung. Wie viel Geld gibt es dafür im Monat? Runter liege ich bei 3, 3, 1 rum und netter liege ich bei 2, 2, 2, 3 rum. Es könnte in jedem Beruf mehr Geld sein, aber es ist okay. Man kann leben davon, man kriegt auch noch ein bisschen was auf Seite. Mit seinem Gehalt liegt Müllmann Mike etwa gleich auf mit Bürokaufleuten, Baggerführern und Erziehern. Richtig Kohle machen war aber nie Meiks Ambition. Wenn ich so drauf aus wäre, so viel Geld zu verdienen, hätte ich was anderes gemacht. Dann hätte ich mich selbstständig gemacht. Auf meinem Beruf, was ich erlernt habe, Schreiner. Aber so wichtig ist das für mich nicht. Hauptsache mein Zeug ist bezahlt, ich und mein Sohn können leben und das reicht auch. Also ich kann mich ja noch glücklich schätzen, dass ich am Freitag um 11 Feierabend habe. Und noch ein langes Wochenende habe, zum Beispiel. Dann ist ja auch nicht schlecht, Weihnachtsgeld zum Beispiel. Gibt es ja auch noch, zahle auch nicht mehr viele. Und dann Urlaubstage 30, ist auch vollkommen okay. Und wenn ich überlege, ich habe einen Vertrag mit 39 Stunden in der Woche und komme auf 33 Stunden. Für das, was ich verdiene und für das, was ich mache, ist das für mich okay. Die Vorteile, Arbeitnehmer zu sein, weiß nicht nur Mike zu schätzen. Die große Mehrheit der Deutschen ist in einem Angestelltenverhältnis beschäftigt. 90 Prozent der Erwerbstätigen waren 2022 angestellt. Das sind über 41 Millionen. Nur vier Millionen waren dagegen selbstständig. Abhängigkeit gegen Autonomie, finanzielle Sicherheit gegen hohen Druck. Den Druck abzuliefern, kennt Immobilienmaklerin Christina sehr gut. Ein festes Gehalt hat sie nicht. Je mehr Häuser sie verkauft, desto mehr Geld hat sie in der Tasche. Denn die 31-Jährige ist selbstständig. Ein Vorteil, ihren täglichen Arbeitsbeginn sucht sie selbst aus. Bist du gut ausgeschlafen? Ich bin gut ausgeschlafen, weil ich meistens den Tag so um 9 oder 10 Uhr starte. Und mir ist Schlaf sehr wichtig. Deswegen schlafe ich so um die 8 Stunden, glaube ich. Und man muss ja fit sein für die Arbeit auf jeden Fall. Christina beschäftigt in ihrer kleinen Agentur eine persönliche Assistentin und eine weitere Immobilienmaklerin. Kollegin Julia wartet schon auf ihre Chefin. Wie geht's dir? Gut, und dir? Auch. Freut mich. Ich arbeite selbstständig seit 6 Jahren. Selbstständig werden wollte ich tatsächlich schon gefühlt immer. Ich habe Immobilienwirtschaft studiert, mir hat dieser Bereich sehr gefallen. Und Geld verdienen wollte ich immer viel. Von Person her bin ich so, ich möchte gerne viel erreichen. Wir gehen jetzt die Objekte durch. Also vor allem wollte ich wissen, du hast mir heute gesagt, dass die Wohnung in Ehrenfeld morgen verkauft wird. Ist das richtig? Genau, morgen ist der Notartermin. Um wie viel Uhr? Um 2 Uhr. Von Christinas Arbeitsplatz können die meisten nur träumen. Ihr Büro liegt im 4. Stock des Kölner Kranhauses. Das Prestigeobjekt für die Reichen und Schönen. Eine Penthouse-Wohnung kostet schlappe 4,2 Millionen Euro. Wie kann sich die junge Maklerin hier ein Büro leisten? Natürlich ist der Preis hoch. Das sind ungefähr 1700 Euro im Monat. Das ist ein kleines Büro, aber hier sind viele Vorteile, dass man einen Empfang hat, dass man Zugang zu Konferenzräumen hat und dann kann man diese ganze Fläche mitnutzen sozusagen. Und dann muss man wirklich erfolgreich und gut verkaufen können, damit man so ein Büro leisten kann. Mit gerade mal 17 Quadratmetern ist das Büro ihrer Agentur nicht groß. Die exklusive Adresse ist es der Maklerin aber wert. Bleibt die Frage, wie bezahlt sie das? Ich verdiene durchschnittlich 5000 Euro im Monat. Klar, es gibt Monate, wo man tatsächlich mehr verdient, so 8.000, 9.000 zum Beispiel. Und es gibt Monate, wo man einfach null verdient. Netto hat Christina damit ca. 3500 Euro im Monat. Mit ihrem Durchschnittsgehalt zählt Christina zu den Top-Verdienern in Deutschland. Sie zieht damit gleich auf mit Unternehmensberatern und Ingenieuren. Deutschlands am besten bezahlte Jobs. Einen drauf setzen nur noch Chefärzte. Sie verdienen mehr als doppelt so viel wie der bundesweite Durchschnitt. Schlusslichter beim Thema Gehalt sind Friseure, Köche und Bäckereiverkäufer mit gerade mal 2000 Euro im Monat. Christina, was steht denn jetzt alles an? Heute steht ein Termin an, bis ich Termin an. Für Christina könnte ein fetter Hausverkauf drin sein. Dafür muss sie ihre potenziellen Käufer von der Immobilie überzeugen. Gute Vorbereitung ist wichtig. Wird die junge Maklerin heute Erfolg haben? Zurück in Freiburg läuft Müllmann Maik zu Hochtouren auf. Ja, das ist zu viel, Mann. Es nervt, es nervt. Wieso steht er nicht da vorne rein, wo die Parklücke ist? Meine Fresse, du Erdheb. Heieieiei, Alter. So was nervt, verstehst du? Sieh doch, dass wir dahinten kommen, steht er hier. Und wartet, bis wir da sind. Radfahrer, Autofahrer. Schlimm. In der Stadt sind Radfahrer. Und hier auf dem Land sind es mehr Autofahrer und Baustellen. Geht schnell vorbei, weil wir fahren rückwärts. Und immer schön lächeln. Schönen Tag noch. Bitte. Es sind aber nicht nur stinkender Müll und drängelnde Autofahrer, die Maiks Tag prägen. Für ihn bringt der Job auch viele Vorteile mit sich. Frische Luftbewegung. Das ist das, was mir Spaß macht. Ich bewege mich gern. Und bei dem Job habe ich halt viel Bewegung. Hallo. Wie geht's dir? Sehr schön. Gehst du jetzt Kindergarten oder Schule? Noch im Kindergarten, aber mit der Schule schau bald so weiter. Schönen Tag wünsche ich euch noch. Tschüss. Wenn Kinder ans Fenster kommen oder auf der Straße oder Kindergärten, wenn sie an den Zaun kommen und winken und sie freuen. Es ist halt schon schön, wenn man bei den Kindern das sieht. Das Strahle in den Augen. Was man bei vielen anderen vermisst. Inzwischen haben Maik und Julien schon mehr als die Hälfte der Tonnen entleert. Der Magenknurrt. Eine kurze Pause haben sie sich verdient. Mittwochs gibt's Wurst von der heißen Theke. Am heutigen Freitag reicht ein einfacher Snack. Schinke, Käse, Tomatenseele. Einfach, was schnell geht. Im Schnitt zahlt Maik 103 Euro im Monat für seine Mittagspause. Wie haushaltet er ansonsten beim Thema Essen? Und wird zu Hause auch mal gekocht? In der Regel am Wochenende, Samstag, Sonntag, da wir traditionell Mittag gegessen waren. Und ein-, zweimal im Monat die Show essen. Macht bei Maik insgesamt 400 Euro im Monat für Essen, Gehen und Lebensmittel. Auf seinem Konto sind jetzt noch 1850 Euro übrig. Während Maik nach der Pause im Müllwagen weiterzieht, geht's bei Christina mit dem SUV pünktlich zum Besichtigungstermin. Das Auto ist ein Firmenfahrzeug, das sie über einen Leasingvertrag bezahlt. Private Kosten hat sie damit keine für den Neuwagen. Ich finde das schon wichtig. Also ich habe mein Auto auch gewechselt, glaube ich, im letzten Jahr. Und das ist ein repräsentatives Auto. Und viele Kunden fahren mit dem Porsche zum Beispiel. Und dann hat man auch sogar ein Gesprächsthema. Selbstbewusstes Auftreten, Top-Styling. Das alles gehört für Christina zum Job dazu. Weil wir natürlich auch ein gutes Erscheinungsbild oder guten Eindruck auch schaffen wollen. Und für die Kunden ist das wichtig, mit wem die arbeiten, ob die die Person vertrauen können oder nicht. Und das macht alles aus, glaube ich. Also auch beim Termin, wie man aussieht, ist das sehr wichtig. Ob sie damit auch bei den potenziellen Käufern punktet? Ein Ehepaar interessiert sich für ein großes Objekt. Hallo. Hallo. Guten Tag. Hallo. Christian Dorinda. Hallo. Christian Dorinda. Freut mich. Für knapp 1,6 Millionen Euro könnte ein ganzes Haus in Kölns Multikulti-Viertel Ehrenfeld mit den Besitzer wechseln. Eine Ladenfläche im Erdgeschoss, vier Mietwohnungen und ein Garten im Hinterhof gehören dazu. Also Sie als neue Eigentümer können den Garten komplett nutzen. Das ist schon eine schöne Fläche. In Ehrenfeld ist es nicht so einfach, einen Garten zu bekommen. Das wissen Sie bestimmt. Dann gehen wir gleich in die Wohnung. Super, danke schön. Und so sieht eine der Mietwohnungen von innen aus. Bei der Besichtigung mit dem Hauseigentümer dürfen wir mit der Kamera nicht dabei sein. Schauen wir in der Zwischenzeit nochmal nach Freiburg. Es ist 11 Uhr. Mike, Ricky und Julian sind am Hof angekommen und entladen den gesamten Müll. Für heute haben sie ihren Job erledigt. Hörst du, es ist Feierabend. Feierabend, Energy's Ring. Dann startet Mike schnell in den Feierabend. Mit seinem Leasing-Fahrrad ist er in zwölf Minuten zu Hause. Wenn man in Freiburg lebt und Freiburg ist nicht so eine riesige Stadt, eine kleine Stadt, ist man mit dem Fahrrad immer schneller am Zielort wie mit dem Pkw. Und von daher finde ich es mit dem Fahrrad angenehmer. Ich spare Zeit, habe mehr Freizeit dadurch. Und wenn ich mal einkaufen muss, dann leige ich mir einen Auto für den Zeitraum. Für E-Rat und Carsharing zahlt Mike insgesamt 137 Euro pro Monat. Sein Zuhause ist dem Müllmann heilig. Die Wohnung teilt er mit seinem 17-jährigen Sohn. Mike stehen 250 Euro Kindergeld zu, die sein Konto aufstocken. Macht ein Plus von 2030 Euro. Ziehen wir seine Miete von 840 Euro ab, schrumpft Mikes Geldüberschuss auf knapp 1200 Euro. Seine Wohnung überrascht viele Besucher erstmal. Jeder denkt, das ist Klischee, dass wir dreckig sind und dass wir eh nichts in der Birne haben. Das ist Klischee Nummer eins. Und wenn dann jemand zu mir kommt und das sieht und weiß, was ich beruflich mache, aber sieht, wie es dann bei mir zu Hause aussieht, kann man sich das nicht vorstellen. Aber so mag es halt. Zu der cleanen Einrichtung kommt für Mike aber gern noch ein bisschen Farbe ins Spiel. Das ist so mein Hobby zu Hause. Viel LEDs. Hier LEDs, da LEDs, dort überall LEDs. Aber ich kann es dir mal zeigen. So, jetzt kommen wir erstmal zu meinen zwei Lieblingen. Die Beleuchtung ist aber nicht sein einziges Highlight. Mike widmet sich nach Feierabend auch gerne seinem Aquarium. Ich finde es eine beruhigende Wirkung, wenn man 10, 15 Minuten reinguckt. Weil es halt alles so ruhig und so leise ist, wenn man von außen zuschaut. Für Fischfutter gibt er 10 Euro im Monat aus. Auf dem Konto bleiben damit noch 1180 Euro. Mike hat aber nicht nur ein Faible für LEDs und Fische. Auch Fitnesstraining ist ein wichtiger Teil seiner Freizeit. Den Weg ins Studio spart er sich aber lieber. Ja, Fischfutter mache ich seit Corona zu Hause, seitdem das Ganze angefangen hat. Und da habe ich mir das schicke Ding zugelegt. Auf zwei Quadratmeter kann ich meinen ganzen Körper trainieren. Ich komme heim, ziehe mich um, ziehe meinen Trainingszeug an, mache meine 30 bis 45 Minuten Training, räume es weg, gehe hinterher durch und habe einen Zeitverlust von einer Stunde. Im Gegensatz zu drei Stunden mit dem Fitnessstudio. Und da muss ich noch jeden Monat einen Beitrag bezahlen, was ich bei mir daheim nicht muss. Das gesparte Geld investiert Mike lieber in seine Sneakersammlung. Das sind meine Lieblinge, die zwei. Schuhe sind für mich wichtiger wie Klamotten, da tue ich mehr Geld investieren. Aber wie auch beim Einkaufen achte ich auf den Preis. Macht bei Mike im Schnitt minus 200 Euro im Monat für Klamotten. Bleiben immer noch 980 Euro übrig. Zurück in Köln-Ehrenfeld hat Christina die Hausbesichtigung gerade abgeschlossen. Und Christina, was hast du für ein Gefühl? Wie war es? Ich habe auf jeden Fall ein sehr schönes Gefühl. Die haben auch nach den Unterlagen gefragt, das ist auch ganz gut. Das ist ein gutes Zeichen, weil dann sind die weiterhin an dem Objekt interessiert. Und deswegen freue ich mich. Mit diesem Erfolg kann Christina guten Gewissens in den Feierabend. Jetzt ist erstmal eine kleine Stärkung angesagt. Auswärts essen zwischen Job und Freizeit, so ist es die Maklerin gewohnt. Tatsächlich bei mir ist es eher so, dass ich nicht wirklich Lust zum Kochen habe. Das muss ich zugeben. Und ich habe nicht wirklich Zeit. Aber Zeit ist immer so eine Sache von Prioritäten. Deswegen, ich denke, ich mag es einfach nicht. Und dich bevorzuge draußen zu essen oder halt Essen bestellen. Und dann ist es da und dann kann ich vielleicht noch ein Exposier schreiben. Oder noch einen Termin vorbereiten. Und dann habe ich Zeit einfach für Arbeit. Bestellen und ins Restaurant gehen, das spart zwar kein Geld, aber Zeit. Pro Monat kostet Christina ihr Essen rund 1000 Euro. Auch bei der Miete macht Christina kein Schnäppchen. Als Immobilienmaklerin hat sie hohe Ansprüche an ihr Zuhause. Ich lege sehr viel Wert auf Penthouse. Ich mag, wenn ich wirklich ganz oben bin und den Himmel sehen kann. Mit dem Aufzug direkt in die Wohnung. Stylisch eingerichtet wie auf einem Interior-Blog. Glanz und Glamour im Job und Zuhause. Das ist ihr auch den Mietpreis wert. Für 55 Quadratmeter inklusive Garage zahlt Christina 1580 Euro im Monat. Kosten für Miete, Styling und Essen haben wir jetzt abgezogen. Damit schrumpft Christinas Konto auf 620 Euro. Jetzt geht's direkt weiter zu ihrem ganz besonderen Hobby. Heel Dance. Tanzen auf Stöckelschuhen. Also ich gebe so für Tanzen vielleicht insgesamt so zwischen 100, 150 Euro im Monat. Auf jeden Fall, ja. Christinas Lifestyle kennt keine Mittelmäßigkeit. Das hat aber auch seinen Preis. Nach Abzug all ihrer Fixkosten und Freizeitausgaben bleiben der Immobilienmaklerin noch 470 Euro. Mike stockt sein Gehalt dagegen noch mit einem Minijob auf. Er räumt in einem Supermarkt Regale ein. So bleiben dem Müllmann nach Abzug all seiner Ausgaben am Ende des Monats noch über 1000 Euro für sich und seinen Sohn übrig. Ob Immobilienmaklerin in der Großstadt oder Müllmann im Breisgau. Christina und Mike zeigen, dass es nicht nur darauf ankommt, was man verdient, sondern was man daraus macht, um sein persönliches Glück im Leben zu finden.